Ich bin Johanna Kaiser, bin 23 Jahre alt und mein Beruf ist Fahrzeuglackiererin. Ich bin Lukas Kaiser, bin 19 Jahre alt und bin auch gelernter Fahrzeuglackierer. Ein Kunde bringt fast einen Totalschaden vorbei in die Firma. Und wir es dann wirklich so machen, dass es wieder fahrbereit ist und der Kunde dann sein Auto abholt. Das ist der Moment, in dem ich glücklich bin. Da dachte ich, das kriege ich niemals hin, aber es hat ganz gut funktioniert. Das hat mich eigentlich stolz gemacht, dass das Auto von A bis Z selber gemacht hat. Das Auto, was wir lackiert haben draußen im Wohnfeld, ist unsere Werbung. Wir haben auch schon Food-Trucks lackiert, Kronenleuchter, Klaviere, Fahrräder. Es macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Durch den Job bin ich offener geworden, selbstbewusster. Ich gehe offener auf die Kunden zu. Ich rede mehr, manchmal auch vielleicht zu viel. Mit 21 Jahren habe ich meinen Meisterbrief gemacht und bin froh, jetzt erstmal mit der Schule fertig zu sein und jetzt erstmal arbeiten zu können. 10. 14. 14. 16.